Ich hatte fünf Jahre alt, ich bin froh, dass ich sie habe. Oh Gott, wie süß ist das? Das ist aber eine schöne Geschichte. Meine Träubchen werden sich weit verkrümmelt haben, ich brauche sie nicht, aber eine sehr schöne Geschichte, sehr gut. Ich habe sie auch Tiere zugesucht, ja, in gewissen Wissen, was ich noch was so gemacht habe. Dann wäre ich nicht, glaube ich, okay, gut, 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 gut. Denkst du nicht nach? Mit 50 denkst du immer alles nach, aber wo ist der Spaß? Mit 30 dann? Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh.